Und jetzt wird euch den Leo rein vorsingen, ja Leo! Leo! Ja, danke! Danke, danke, Fido! Danke! München, was los? Seid ihr noch da? Alright, alright, alright! Ja, ich meine, wenn wir irgendwas aufstehen, dann noch für Frieden, würde ich sagen. Alright! Ja, genau! Folgt beim Marc Fido hier, dann macht es gut! Hey! Hey! Ja, ich hab mir auch Gedanken gemacht, wie das eigentlich so ist mit der Sache, mit dem Frieden. Und bin für den Schluss gekommen, was mich angeht, dass Frieden ja für mich, bei mir anfängt. Und ich denke, Frieden fängt bei ihrem eigenen, von uns an, mit sich selbst, um diesen Frieden mit sich, auch mit anderen teilen zu können. Und auch sozusagen, im Großen und Ganzen, Frieden zu geben und zu fühlen. Und in diesem Kontext, muss noch ein Gommanobiles Ding hier entstehen, Leute. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich wünsch'n, einen haben wir noch. Habt ihr Bock? Ja! 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 Wenn mit einem halben Jahr, spinnt das Soul, Diggchen, drei Sterne, komm! Open door! All you can eat bitte gerne doch! Welche Fragen wie imweiler Fernendorch. Selbstes Verlink, aber klar, ja, ich gerne doch! In einem halben Jahr, spinnt das Soul, Diggchen, drei Sterne, komm! Open door! Schön, sind wir ready? Somebody say la 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 la! La 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 la! Say la 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 la! La 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 la! Bitte, 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 bitte! Bitte, bitte, bitte! Und dann noch ba 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 Und nochmal Und yeah 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 Und Frieden One more time Das schaffen wir nochmal, hopp! Ich bin ein alter Weißer Mann, ich hör euch nicht! Alle schönen Zeiten, wir gehen weiter ferne, doch jetzt ist der Mensch, aber klar, klar, ich werde nur ein halbes Jahr später so, wenn ich schon drei Sterne brauche, oben so, oh, you can eat, yeah, ich sag mal, cool bleiben, jetzt nur den Kopf nicht verlieren, hey, wenn ich irgendwas gut kann, dann doch, improvisieren, Überlebenskampfkünstler, Identität, ja, so hände ich diese Frist-oder-Stirb-Mentalität, mich zu vertagen oder ach, wie laut zu klagen, wie beharrlich mangelagen, an meinen Nerven streng nagen, unsere Ziele zu vertragen, fast nicht zu ertragen mit dem Himalayan-Skills und dem Marian-Graben-Bem-Magen, schwer zu reduzieren, unsere Komplexität, zu sehen, was zwischen den Zeilen in den Kontexten steht, eigentlich ist hier jedes Wort nur, Ausdruck meiner Ohnmacht, frag mich, was in Zukunft dann wohl irgendwann mein Sohn macht, ich wünsche ihm eine Welt, in die der Mensch gut integriert ist und niemand mehr von niemandem sozial distanziert ist, eine Welt, in der es heißt, wir haben die Karten neu gemischt, guck genug für alle da, komm dem Platz an unserem Tisch. All die schönen Zeiten, die in weiter Ferne doch, selbst ist der Mensch, aber klar, ja, ich lerne noch, einiges Jahr später, Soul Kitchen, drei Sterne Koch, Open Doors, all you can eat, bitte gerne doch. All die schönen Zeiten, die in weiter Ferne doch, selbst ist der Mensch, aber klar, ja, ich lerne noch, einiges Jahr später, Soul Kitchen, drei Sterne Koch, Open Doors, all you can eat, bitte gerne doch. All die schönen Seiten, die in weiter Ferne doch nicht. Musik Halbes Jahr später Soul Kitchen, drei Sterne Koch, Open Doors, all you can eat, bitte, gerne noch, München!